hallo die ist ok let's real life von den insidern ich wollte mal ein kleines letzte sonic.exe machen und diesmal das erste mal eine facecam benutzen also wollen wir dann direkt beginnen ausführen ja so die 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 power bei gäbe bettion sega 1991 blablabla fangen wir jetzt mal mit dem ersten der ersten figur an ich kenne ich habe auch keine ahnung was das jetzt für ein sonic spiel sein soll wie gesagt ist ein blind let's play und hier ich kann nichts mal aus irgendwie vorwärts und rückwärts gehen naja mann ist tote tiere oder so lower blickte ddd sony und müssten der schein geschlafen lautere rauschen hallo do you want play das ist schon ein bisschen brutaler aus die welt ja wieso heute jetzt passiert doch noch was ok youtube slow want to play again so zog ich mal mit dem hier keine ahnung wer das jetzt ja dummisch auch you can't run jetzt wieder selbe ist kt 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 not kt 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 kt